Was? Boah, ich hab ja mal mega verfehlt. Oh, jetzt stirbt er doch endlich. Bam! Nein, was? Okay, wir haben weitere Punkte bekommen. Taktische Panzerung, verbessert Schadensschutz. Oh, perfekt! Ja, nee, komm, das ist perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Genau das, was uns eigentlich die ganze Zeit schon gefehlt hat. Nämlich eine anständige Panzerung. Die können wir richtig gut brauchen, Leute. Sobald ich die voll hab, dann bin ich Mr. Unstoppable. So einfach ist das. Ach, das sind... Oh Gott. Was zum Teufel? Wir haben ja eine Creeper. Oh, wir sind hier gerade in Minecraft, oder was? Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt, dafür haben wir die Gasgranaten. Alles klar, Commander. Kann losgehen. So, jetzt wird's schwierig, weil ich will das unbedingt schaffen, ohne dass irgendeiner der Kolonisten, äh, stirbt. Da oben, der schießt jetzt auf uns. Gehe ich jetzt erstmal hier ein bisschen entdeckung. Schnell. Schnell. Oh, Mist. Falsche Richtlinie. Nein, er ist tot. Oh, Mist. Voll das nicht. So. So. Wieso ist der Kolonist fast tot? Mein Gott. Yo, nice. Noch am Leben, sehr gut. Okay, das wird jetzt ziemlich schwierig. 16 Kolonisten müssen wir am Leben lassen. Und ich darf keinen einzigen von denen umbringen. Außer diese Creeper-Teile. Nicht der Fall. Boah, wow, wow. Nein, schon wieder falsche Richtlinie. Ich mach dich fertig. Jawohl, sehr schön. Das war's mit denen. Ah, ist gar nicht so einfach, Leute. Oh. Nein, nein, Überhitzung, Überhitzung. Oh, shit. Die Pistole macht zwar gut Damage, aber überhitzt viel zu schnell. Oh, jetzt wird's ziemlich schwer. Das ist weit, ich noch weiß. Ja, dahinter sind Kolonisten. Und jetzt kommen diese... ...hobischen Viecher. So, erstmal locken wir die hier hin. Damit wir die Kolonisten nicht abballern. So, jetzt. Zack. Komm, los, mach die. Angriff, Angriff. Ähm, sehr gut. So. Jetzt muss ich gut zielen, oder? Oh, ja, ich muss extrem gut zielen. Oh, Junge. Okay, das war's mit dem. Oh, nee. Ich mach dich fertig. Was? Es windelt von Ihnen bei der Borealis. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Angriff, mit Schuss. Mist, ich hab keine Granaten mehr. Das ist... Ich könnte auch Nahangriffe, glaube ich, machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, nee, ich hab wieder neulich von Granaten. Nice. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Ah, ich glaub, ich hab sie getroffen. Nice. Ja, komm, los, bewegt euch. Ah, jetzt bewegen die Viecher sich. Oh, nervig, sowas. Komm, wir haben doch gesagt. Ah, du Scheiße. Nein, falsche Richtung. Oh, schnell. Schnell zurück. Ah, nee, kommt hierher, verdammt. So, hierher. Los. Sofort zurück. Oh, fuck the name. So, äh, da hinten ist einer. Das ist was mit dir. Komm schon. Oh, sehr gut. Getroffen. Das ist die Kahnsteuerung, Commander. Ja, getroffen. Ich glaub, ja, ich glaub, ich hab... Ja, ich glaub, ich hab's geschafft, Leute. Die Steuerungen sind zu komplex und zu empfindlich für den Kampfeinsatz. Aha. So, wow. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Nein, nicht killen, bitte nicht. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Nein. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Nein. Niemals! Oh, komm schon. Hey, dann, alter. Ach, du Scheiße. Scheiße. Nein, ich hatte gehofft, dass man... Dass man der armen Seele noch helfen kann, aber... Warte. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Oh, Mann, der Arme. Kann einem direkt leidtun. Nimm gut. Zeit diesem Torianer... ...ein für allemal das Handwerk zu legen. Vorbildlich 32. Sehr schön. Wir sind super vorbildlich. Wir sind... ...hat das super Vorbild. Ho, ho, ho. Wer hätte das gedacht? Na, ach. So, jetzt kommt ein verdammt heftiger Kampf, soweit ich noch weiß. Oh ja, oh ja. Hm, 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 hm. Okay. Wir müssen das Ding finden und ein paar Kugeln. Was zum Teufel ist das? Wir werden größere Waffen brauchen. Ja, bisschen. Okay. Oh, Mann. Das Ding ist ja riesig. Oh, Mann. Das sind ja Asari. Eindringlinge, jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Torianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Torianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Oh Mann. Euer Blut wird dem Boden und den neuen Trieb nähren. Ja, das werden wir ja sehen, welchen Trieb ich dir hier nähern werde. Oh, mich ist überhitzen. Bam. Zack. Okay, so können wir... Oh! Kommander, hier wächst irgendwas. Sehen Sie mal. So. Ah. Bam. Und das? Naja, so machen wir ihm Schaden, sehr schön. Das sollt ihr uns beschäftigen. Es müssen noch mehr davon hier sein. Der steht eh gleich auf, ey. Und... Oh nö, er holt seinen nächsten Klon, oder? Yeah! Cool. Oh, die sieht sauer aus. Ja, die greifen doch jetzt von hinten an, ey. 100% pro. Oh! Scheiße. Was? Nee, das war gar nicht der Sarik-Klon. Oh, fick dich, du blöder Sarik-Klon. Da frisst, bam! Oho! Oho! Volltreffer. Aber warum stehen die dann hinten nicht auf? Versteht nicht. Boah, aber, ey. Boah, das läuft sogar richtig gut, ey. Früher hatte ich richtig, richtig krass Probleme an der Stelle, aber... Jetzt ist das sogar recht einfacher, eigentlich. Waffenspinnen? What the fuck? Nein! Ach. Aha, einfach nur neue Waffen, oder was? Ja, wow. Na gut, wenn's heißt Waffenspinnen, ja gut. Boah, das hat sich lohnt. Entdeckung, Leute. Boah, frisst! Frisst! Boah, achso, sie ist schon tot. Super. Boah! Nein, jetzt Gareth ist draufgegangen, scheiße. Egal, wenn wir die Angriffsfälle überleben, dann steht das sowieso wieder auf. Damn. Na komm, Gareth, aufstehen! Kuppel! Yo, sehr schön. So, und jetzt ein bisschen Heilung. Zack, passt doch. So, immer mal wieder schön speichern, weil das Ganze von vorne zu machen ist nicht schön. Das ist nicht sehr schön, ja. Oh, nee. Überhitzung, scheiße. Bam. 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 Oh, Mist, daneben, Alter. In der Shotgun, das gibt's auch nicht. Oh, voll in den Rücken. Das muss wehtun. Oh, yo. Ja, viele Knoten bleiben jetzt wohl nicht mehr übrig, oder? Hast du ein kleines Problem, Kumpel, was? Oh, jetzt kommt die Asari auch noch mit allen zusammen. Ne, in der Kumpel. Na, Asari, komm. Come on, ja.